Servus und herzlich willkommen hier auf Masses Clash Channel. 50 gegen 50 Leute im Klankrieg, das ist schon echt schwierig, das zu organisieren. Deswegen sind wir Semperetmas mittlerweile auf ein System umgestiegen, das fast idiotensicher ist. Die Website heißt www.clashcaller.com und auf dieser Website könnt ihr eure eigenen Klankriege erstellen und organisieren. Deswegen zeige ich euch heute so eine kleine Einführung dazu, wie ihr damit umgeht. Als Stellvertreter vom Clan oder auch als normale Mitglieder vom Clan. Ich zeige euch jetzt zuallererst die erste Variante. Ich gehe davon aus, dass ich jetzt ein Stellvertreter bin und ich kreiere jetzt einen Klankrieg. Und dann gehen wir nochmal auf die Mitglieder drauf ein, die dann eben praktisch mit diesem erstellten Klankrieg was tun können. Und zwar starte ich jetzt einfach mal einen Krieg. Das macht jeder oder ein Stellvertreter übernimmt das für unseren Clan immer am Anfang von einem Klankrieg. Ich schreibe da meinen Clannamen rein, Semperetmas und dann nehme ich noch einen Gegnerclan, den nennen wir jetzt einfach mal Zerstörer. Dann sagen wir, wir haben 20 gegen 20 und dann könnte man auch noch weitere Optionen hier auswählen, indem man zum Beispiel meine oder unsere eigene Clan-ID und die Gegnerclan-ID reinschreiben kann und das Ganze archivieren kann. Das lassen wir jetzt aber mal außen vor. Wir gehen einfach mal weiter, klicken auf Submit und dann ist unser eigener Krieg hier erstellt. Und ihr seht hier, wir haben eine Nummer 1 bis Nummer 20. Da schreiben wir praktisch die Gegnernamen rein. Das mache ich doch gleich mal. An Ziel Nummer 1 steht der Zerstörer 1, den nennen wir so. Dann der Gegner Nummer 2 heißt Zerstörer 2 und so weiter und so fort. Ihr versteht, was ich meine. Und dann kann ich sagen als Stellvertreter, die gegnerische Nummer 1 soll unsere Nummer 1 angreifen. Und unsere Nummer 1 heißt jetzt in dem Fall zum Beispiel Sujus. So, jetzt ist Sujus gecalled und Sujus kann jetzt auch auf diese Webseite zugreifen, indem er auf www.clashcaller.com slash war slash ID geht. Und zwar hat jeder Krieg eine eigene ID. Die hier werden die Stellvertreter dann praktisch mit den anderen Mitgliedern teilen, sei es über eine Clan-Nachricht, sei es über WhatsApp. Bei uns machen wir es über beides zum Beispiel. Und dann kann jeder darauf zugreifen, indem er einfach das hinten hinter den letzten Slash, hinter dem War anhängt und kann dann darauf zugreifen. Sujus zum Beispiel kann jetzt hier sich das anschauen und kann sehen, aha, okay, ich muss die Nummer 1 angreifen. Dann passt es, Sujus greift irgendwann die Nummer 1 an. Dann geht er wieder auf die Website, klickt hier mal drauf und dann kann er sagen, okay, ich habe zwei Sterne geholt bei der Nummer 1. Dann erscheint hier bei der Nummer 1 zwei Sterne und das steht hier auch dann insgesamt bei Sujus. Dann kann man auch, wenn man lustig ist, hier vorne eine Notiz eintragen und praktisch demjenigen, der angreift, sagen, hey du, ich sehe die Base, die ist schlecht gegen Lufttruppen. Also unbedingt Lufttruppen verwenden. Dann weiß derjenige, der kann es dann lesen und seine Nummer 2 anschauen ah, okay, ja, da hat er recht, ich muss unbedingt Lufttruppen verwenden, weil der schlecht gegen Lufttruppen ist. Dann sagen wir hier, die Nummer 2, die hat unser, oder soll unser Niklas angreifen. Niklas hat dann meinetwegen aus Versehen nur 0 Sterne geholt. Das ist dann blöd. Und dann können wir sagen, im zweiten Angriff, in der zweiten Angriffsrunde, da schaut dann jeder, hm, wer ist noch offen, wen kann ich noch angreifen und dann kann Sujus hier selber reinschauen und kann sagen, hm, okay, ja, ich sehe die Nummer 2, da fehlen noch ein paar Sterne, wir brauchen die Sterne unbedingt. Dann spreche ich das mal mit einem Stellvertreter ab. Anschließend klicke ich hier auf Plus, schreibe mich da rein, dann weiß jeder andere, der auf die Webseite geht, ja, da steht der Sujus schon drin, da muss ich mich selber nicht mehr eintragen dafür. Die Nummer ist praktisch aktuell schon belegt. Und Sujus macht dann in seinem zweiten Angriff den Zerstörer Nummer 2, schafft da auch ordentliche 2 Sterne und dann ist praktisch die Nummer 2 damit abgehakt, in dem Fall. Das Ganze kann man durchziehen bis zur Nummer 20 runter bis, oder bis zur Nummer 50, je nachdem wie viele Leute halt drin sind und man selber als Mitglied muss praktisch immer online gehen und schauen, wenn die STVs das erstellt haben, wo man für den ersten Angriff eingetragen ist und für den zweiten Angriff überlegt man sich dann selber, wo könnte ich noch ein paar Sterne holen, am besten irgendwo ein paar Nummern unter mir, trägt es dann ein, spricht es mit einem Stellvertreter unbedingt ab und dann weiß jeder andere, okay, der Maselino hat sich da bei der Nummer 13 eingetragen, der macht das als seinen zweiten Angriff, der versucht da 3 zu holen, dann kann jeder andere schauen und sich eine andere Nummer nehmen. Wenn ich dann aber anstattdessen nur, meinetwegen nur einen Stern hole, dann kann man immer noch sagen, okay, Nummer 3, da muss dann nochmal jemand angreifen und muss den dann im Endeffekt 3 Sternen und derjenige kann dann auch nochmal 3 Sterne holen oder so und das kann man bis ins Unendliche treiben. Zu guter Letzt, was es noch gibt, was sehr, sehr cool ist, man kann hier noch ein paar Stats anschauen, wenn dann der Krieg fertig ist oder während er auch noch läuft, das geht auch und deswegen switche ich einfach mal hier rüber, das ist ein aktueller Krieg, der bei uns läuft, Semperetmes gegen Nopo und ihr seht, unsere ersten Angriffe haben wir unten eingetragen, da haben wir zum Beispiel auf die 21 und auf die 22 direkt Bini angesetzt und nur die Nummer 7 wurde noch nicht angegriffen. Links seht ihr die Sterne, die mittlerweile geholt wurden und so sieht das Ganze gerade aus. Hier haben wir schon zum Beispiel 4 Angriffe gebraucht auf die Nummer 13 und wenn wir uns jetzt mal die Stats anschauen, dann sehen wir, wir haben momentan 51, die Gegnersterne werden nicht angezeigt, weil wir die natürlich nicht eingetragen haben. Dann gibt es hier verschiedene Ränge, Leute, die ganz besonders viele 3 Sterne geholt haben. Ist vielleicht ganz interessant und hier unten sieht man auch, wie viele Angriffe auf welche gegnerische Nummer gebraucht wurden. Zum Beispiel auf die Nummer 13 brauchte es 4 Angriffe, heißt die Base von der Nummer 13 ist vermutlich sehr, sehr gut. Dann kann man sich auch überlegen, ob man nicht vielleicht diese Base mal nachbaut. Und da gibt es hier weitere Stats, etc, etc, etc. Also sehr, sehr nützliches Tool, super cool. Es ist ein bisschen Mehraufwand. Man sollte es dann vielleicht auch immer ab und zu durch wechseln von den Stellvertretern, die immer die erste Runde eintragen. Aber ich denke, dieses Tool hilft, einem Clan wirklich seinen Clan-Krieg zu organisieren. Damit möchte ich auch nochmal einen Appell aussprechen an alle Mitglieder aus Semperetmes. Haltet es euch daran. Es ist echt einfach. Und da mal drauf zu schauen, ist wirklich schnell erledigt, würde ich sagen. Das war es auch dann schon heute von mir. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn, ciao, ciao. Bis denn, ciao.